Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße Dich zum ersten Film der neuen Staffel Sehnsucht 2021. Es ist der 1. April und ich mache zusammen mit Roland meinen ersten Tauchgang für dieses Jahr. Wenn Dich das interessiert, dann bleib dran. Es ist halb elf und wir sind im Wasser. Die Wassertemperatur an der Oberfläche beträgt 12 Grad. Nach dem Abtauchen wird es bestimmt noch um einiges kälter. Vor dem Abtauchen richte ich noch meine Selfie-Kamera aus. Woah, ich muss Ihnen mal diesen её beruf. Es war jetzt in zehnvale Phase 2, dann aber Ahnung. Jetzt tauchen wir ab. Nun kommen noch die Lampen dran. Die Sicht ist einigermaßen in Ordnung. Als erstes Motiv kann ich diese Muschelkolonie filmen. Als erstes Motiv kann ich diese Muschelkolonie filmen. Und hier mal Roland. Auch unter Wasser ist es noch nicht wirklich Spröling. Der Bewuchs ist noch sehr klein. Und hier mal Das ist noch nicht so schön. Das ist noch nicht so schön. Das ist noch nicht so schön. Aber noch ein bisschen zu schauen. Das ist noch nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 und wieder eine Muschelkolonie. Wir sind jetzt bereits auf dem Rückweg. Die Temperatur bedruckt bei 9 Meter Tiefe nur noch 7 Grad. Hier habe ich mal einen Krips vor der Kamera. Die weißen Kugeln sind nicht, wie wir am 1. April vermuten, die Eier des Seeungeheuers des Baggersees. Nein, sie dienen den Sportfischern zum Anlocken von Karten. Da frage ich mich, ob das noch Sport ist. Nun sind wir wieder im Uferbereich unseres Einstieges. Bei den Temperaturen haben wir immerhin über 30 Minuten ausgehalten. Und Spaß hat es auch noch gemacht. Wenn Dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Wenn Du uns bei unseren weiteren Tauchgängen begleiten bist, dann solltest Du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.